Anson wir müssen hier angehen oder? ja Hätt jemand von euch gerne ein bisschen dein Schwert? Ne, ich hab die schlechte Joa Ah! Soll ich wieder zählen? Ja, hier rumt doch Oh, was ist das denn? Ah, komm, warum stirbt mich das viele? Goldnacket Ja, toll, war nur Goldnacket dran Vollwissen, ein eigenes Schwert? Ja Bleib mal da stehen, hier begrabt Okay, warte Gut Oh, was ist denn? Hier, du bist so... Das sind nix mehr König Gut Gehen wir nach oben Ich sehe den Ausgang nicht mehr Ne Okay Äh, ja So, laufen wir Ja, ich komm auch gleich Nein Doch Hast du euch zurück, ähm Ne, weißt du, ich bleibe hier zwei Stunden, weiß der Chris Achso, wenn die Aufnahme vorbei ist, dann kommst du einfach Ja, da ist sie hier Ja, wir haben's geschafft Ja, wir haben's geschafft Hurra Lol, da sind wir nicht mehr dran Da war ich schon Oh Schon wird alles ausgeräumt mal hier sind ein paar freunde wir haben freunde hier ist ein ender chest oh mein gott die haben dir Sachen wer wer hat den Kopf geschlagen so au 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 kommt mal kommt mal warte ich muss noch ein bisschen an den hier wie oh man hatte was aus dir getroppt ich Martin hatte was aus dir getroppt Johan Schwertchen darfst du es haben in dieser Welt ein altes Pferd haben halt da ich hab die Denker gefunden hallo wo seid ihr in der Stadt ja ach ihr seid in der Stadt echt äh ich schwimme in der ich schwimme in der Kanalisation herum ach lecker ja da gehörst du auch hin ha heißt sie nicht hier unten ist so ein Lager da ist richtig viel drin ja hier geht's raus aber das ist zu will jemand von euch im Verzauberer das Eisenschwert haben ja ich ich hab nämlich nur ein Steinschwert ja dann musst du mal zu mir kommen ja ich tausche noch ein bisschen vielleicht Food wir können aus Rottenfleisch normales Steak äh ja ich aus einem Rottenfleisch kann man Keks machen wo 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 halt's mal da bei dir nein du kannst aus zwei du kannst aus zwei Rottenfleisch auch ein Steak machen ja hab ich dann schon gemacht aber ich hab leider keins mehr weil ich dachte das gibt's nicht und hab die alle so gefressen mann was machst du denn da hallo du da unten eh nicht ein bisschen rumschwimmen hallo du da cool da sind Zombies ich hoffe die droppen auch was hallo komm hallo bleib stehen bleib stehen Aua Schmerz Aua Aua wenn sie halt meinen ach geil so treffen wir uns alle mal bei den NPCs nein wir sind bei Graf ja wenn ihr seid nicht davonlaufen helfen Alter ich bin fast tot muss ich mir helfen ich mach allein was brauchst du Sturm ähm so vielleicht nen neuen Helm oder so ja was hast du für einen ich hab hier Verzaugung oder alles ja Leder Leder ich hab hier Eisen aber warte mal irgendwie backe ich hier gerade rum und komm nicht weg ja schon so jetzt geht's so ich will jetzt mal mein Schwert Martin so was braucht ihr also ich hab mir lebt ich hab mir Leder Tunik auch die jemand ne braucht jemand ne Eisen äh äh ne ja Lisa ne ich hab äh äh Lederhelm 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 äh noch an Paul hast du das du aufgenommen ne du hast doch ein Eisenschwert in der Hand ja aber dein Helm äh äh ach doch ein Helm hab ich ich dachte das geht immer schwer äh ich brauch jemand von euch nur ne verzauberter Hose äh ja ich hab nur Lederhose ne äh Caveman Porns hab ich 8 Amor ja gib mal ich hab nur eine ganz normale äh 6 Amor mein ich hier 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 Lisa da haste Chris Paul braucht jemand von euch eine? ne ne ich brauch nur nen Helm verzaubertes Eisens äh was für nen Helm ich hab Lederhelm ja Eisen noch Möglichkeit äh ja braucht jemand von euch noch irgendein Schwert ja äh 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 du bist auf einmal hinter mir hat jemand noch kein Eisenschwert kein Eisenschwert jemand sogar zwei Eisenschwerte okay gut so gut gut kann ich das auch storage tun und so Alter ich hast du das an diesem Texterpack dass man nicht sieht wo man rumscrollt ne das sieht man doch ne das sieht man doch ne das sieht man voll schlecht irgendwie ist das so rot ne aber voll wenig ne rot Schwäche du brauchst eine Brände keine Ahnung ne das ist einfach so dünn irgendwie ne ich war schon aber voll schlecht ne ich weiß nicht ne 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 sondern ne 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 noch mehr auch nicht und er gibt es auch nur noch einen Gang nach oben wieder die gibt es gar nichts und ich weiß ein paar Sachen vielleicht hätten wir über die Brücke gehen sollen so als Idee weil wir nicht vergessen ist aber auch nur so eine Idee über eine Brücke zu gehen hier ganz rechts ist auch noch eine Mine und im Ball wenn sie sagen was gut wo man die Gründe ist die Gründe in der Mannen die so recht jetzt runter hatte das war was du bist du nicht mehr über die Ja, ich weiß, aber ich habe hier richtig gute Sachen. Paul, wo bist du? Ja, was ich auch kann. Nee, den Fluss bin ich reingesprungen. Äh, bist du drehst du nicht um? Weil da im XP liegt. Dann bist du aufgangen. So, ein, so ein... Martin, bist du auf der Brücke? Nee, ich bin hier in so einer versteckten Mine und da sind sicherlich gute Sachen. Ich glaube, das war sogar dein XP. Ja, hier geht es weiter in der Mine. Ihr müsst in die Mine gehen. Ich bin jetzt auf der Brücke, wo seid denn ihr? In der Mine. Ganz rechts ist so eine Mine. Wo ist hier eine Mine? Ich sehe hier keine Mine. Bis rechts. Äh, über die Brücke rübergehen oder nicht? Nee, davor noch in der Stadt. Okay. Hier, die sei, ich sehe dich. Da, hier. Hast du jetzt alles ausgeräumt? Ja, da war aber nur so ein paar Tränkchen drin. So, jetzt können wir wieder runterspringen. Nee, da. Kommt ihr? Ja, ja, mal sehen. Also die Mine ist noch nicht leer, ne? Ich meine hier dieses Haus. In der Mine, da geht noch richtig weiter. Ja, auch ganz viele Monsterchen und so. Nee, hier sind wir schossen. Dann auf die Brücke, oder? Cool, okay. Mine. Ja, weiß nicht, auch noch was. So, ich bin jetzt vor dieser großen Burg. Ja, wir müssen erst in die Minen, eh, wenn wir in die große Burg, in die große Burg, in die große Burg, da. Ja, wir brauchen die Miete, ne? Hier, rechts. Ihr müsst nicht in die große Burg, ihr müsst, ähm, in die Stadt wieder rein. Ja, Paul, siehst mich. Ja, ah, hier sind wir. Ja, weiß ich nicht. Hallo. Ja. Diese hat Nodus, sie läuft am Stand. Ja. Oh, mein Gott. Sehr. Ganz ordentlich, wie. Joa, sch... Mensch, guck mal, wieder ein paar Freunde. Oh, unsere Schatzis. Oh, cool, ich bin fast tot. Oh, cool, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, tot. Ja. Ja, Mann, Panzer. Ach, Eisenfuhr. Das heißt, denke ich, einmal du die Gegend fahrst. Ja. Halt ich immer vor, wenn... Könnte vielleicht mir irgendwer helfen, oder steht dir nur da hinten rum und guckt zu? Ich bug die ganze Zeit irgendwie immer, wenn ich da rausbrunne. Mag ich so, kann natürlich sein, dass ich nebenbei den Downloads verlaufen habe, aber das glaube ich nicht. Ja, 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 schalt mal deine Pornos aus, da. Oh. Ach, Mensch. Oh, Lisa. Nix, du. Er geht, kommt sicher gleich wieder, dann geht's weiter, ne? Also, mit ihr. Wir machen auch so weiter, Martin. Ach, ich... Ja, aber... Mit ihr geht's dann weiter. Wo war jetzt nochmal die Dings vergessen? Egal. Ich glaube, wir müssen erst da runter, irgendwie. Sie steht noch einmal da. Naja, der Steam-Download zieht durch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich kann euch nicht anstumpfen. So geil. Warte, ich sehe sie kurz hoch. Warte, ich bin schon wieder. Danke. Okay, das war der Beweis, dass der Rang-Aufnahme funktioniert. Ich hab von euch Eisen-Äh, ich hab hier noch Eisensachen. Braucht jemand welche? Ja, 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 ja. Ja, ich find hier die Dings gar nicht mehr, aber... Nee, ich brauche Eisensachen. Oh, Leute! Ein Märchenwald! Lisa, wir müssen erst in der Mine runter. Wir müssen erst in der Mine runter, glaube ich. Wo seid ihr überhaupt? Ich finde euch gar nicht mehr. Ja, erst in der Mine runter. Du warst eben noch da. Der Ponsch. Äh... Nee, er ist weg. Keine Ahnung. Ja, ich bin da verreckt. Äh... Komm mal auch unter. Oh no! Baby, so b! Na ja, ich geh mal nach oben mal schauen, was da so ist. Auch jemand von euch noch Eisen oder nicht? Ja, schon Helm, aber ich... Komm, ich find euch ja nicht mehr. Schau mal, was in der Poker steht. So, all Knöpfe. Martin, hast du noch ein Eisenschwert für mich? Ja, dann müsstest du mal eben hier hinter dich umdrehen. Ja. Danke. Brauch echt keiner mehr Eisensachen. Ja, schon, aber ich komm nicht zu euch. Ja, ein Eisenschwert vielleicht noch nicht. Meinst ist fast gebunden. Ja, noch eins hab ich nicht. Ja, dann schauen wir mich immer noch. Hast du einen Eisenhelm? Ja, hast du einen Eisenhelm? Ich Eisenhelm. Äh... Nee, Eisenhelm nicht. Ich hab... Warte... ... vier Eisenhosen. Ich hab fünf Eisenhosen. Ich hab auch noch ne Eisenhose, ja, aber ich find euch nicht, hör. Komm, wir gehen erst mal zu Paul. So, zu uns. Ja, machen wir so ein bisschen fertig. Wir sind der Gerechtigkeit, die Minegegner noch bis zu uns machen, dann sind wir damit fertig. Dann müssen wir dann noch in den Märchen sein. Ja, aber dann würde ich sagen, wir gehen erst mal zu Paul, oder? Wir sind so gemeint, wir sind wir zu uns. Ah! Lisa, du bekommst sowieso den Helm, hier. Klar, hast du schon drei oder drei Diasachen. Ja. Und klar hat Martin schon alles aus Dias. Ja, klar. Jetzt hab ich von Martin geglaut, dass ich ihm gehörte. Und das andere habe ich jetzt gerade gefunden bei den Viechern. Papi, sie wüsste schon wieder tot. Oh, er hatte Hunger. Schicksal. Ich kann dich jetzt abholen. Ja, stimmt, ich habe auch nur noch zwölf Steaks. Ich habe ihn geraucht. Alter, ich habe kein einziges Steak. Hab schon alle im Jahr gefuttert. Also, ich gehe jetzt erst mal zu Enderfest meine Sachen ordnen, falls ihr was braucht, dann noch. Also, da hinkommen, ne? Jo. Paul. Ich will Paul ab und her gehen, wo wir langen müssen. Ja, ich komm mit. Da kommt es auf die Brücke vor dem Schloss. Die vor der Brücke. Ja, okay. Hier, siehst du mich? Ja. Ach, komm. Kommst du nicht rein? Scheiße. Martin, wir sind schon fertig, eigentlich. Ich kann schon wieder reingehen. Ja, ich muss noch Sachen, mein Innotar ist voll. Ich habe noch eine Sache. Wie siehst du denn mit da voll? Ich habe nicht mehr das halbe voll. Wolltest du mir nicht ne Eisen- und Hose geben? Ja, du musst herkommen. Oh mein Gott. Komm, schnell in der Märchenwald. Ja, äh. Gibt es hier irgendwo Dorfbewohner? Ich habe elf groß, äh, verrottetes Fleisch. Äh, ja, warte. Ich finde auch irgendwie kein. Ich habe die Feuerwehr hier gesehen. Ne, die sind, schau mal, ich, warte, die sind hier. Die sind in diesem Haus da. Achso, ja, da hinten sind sie. So, jetzt geben wir mal die, äh, Hose. Deutsche Box. Wer prügt den Dorf ohne? Nein, mach nicht den Stück drauf. Nein, hier kann man Bier machen. Aus vier verrotteten Fleisch und vier Knochen. Willst du mal eins machen? Ja, ist das gut. Keine Ahnung. Äh. Hier steht, ich kann diesen... Beauty lies in the hands of the beer holder. Ich kann diesen Juden nicht mehr anklicken. So, hier. Hat jemand von euch Goldnuggets? Einen hab ich. Würde wir gerne haben. Alter. Ja, geh mal bitte. Ähm. Ja. Hallo, dann bin ich mein Fleisch ein, klar. Ich hab... Danke. Der hat mein Schwerkling laut. Hier, Martin, da liegt noch einer. Wo? Danke. Ich hab'n Keks. Rollenkeks. Auch Goldnagels. Guck her. Ja. Lol, Lisa hat... Ey, du, Sack. Ich bin kein Sack. Lisa hat ne Säcke. Oh nein, das war keine gute Idee, jetzt bin ich besoffen. Oh nee. Lisa seift. Oh, Lisa, du kannst doch nicht einmal besoffen im Einkaufsspiel, das geht doch nicht. Okay, sieh'n wieder weg. Können wir zum Märchenwahl? Ich will da echt trinken. Ich würde mich entschätzen, aber kommt jetzt! Ach, auch, der Märchenwahl. Will jemand von euch ein paar vergiftete Kartoffeln? Oh geil. Wahrscheinlich werden wir in der Märchenwahl ganz viele Tote Einhörner sehen. Oder töten. Was weiß ich? Nein, nein, wir sind ab. Ihr, was habt ihr eigentlich gegen Kappfro... äh, vergiftete Kartoffeln? Ja, die sind zu... die sind zu kostbar. Oh, da läuft der echt. Ein Einhorn-Zombie-Raum. Sind die schon alle wieder bei der Mine? Nee, wir sind schon längst im Märchenwald. Oh Mensch, guck mal, was der auf dem Kopf hat. Busch. Ey, was ist denn das? Ah, da. Hier sind die. Die schießen mich ja, halte ich die ganze Zeit ab. Äh, der Tobi. Martin, helfen bitte. Die sind ja total schwach. Lohnt's ja gar nicht da zu schießen. Ja, du, dir, Schwert, dir, Rüstung, fast komplett. Ach, der ist so schlecht, wissen wir es denn nicht gleich? Ja, ich weiß. Ach, Mist, nur einen verzauberten Bogen getroppt. Oh nein, nicht sterben. Warte. Beschütz dich. So, gut. Paul, du hast keinen Helm, ja. Ciao. Vollkommen her, ich habe einen Einhorn dabei. Ja, jetzt mal. Ich hatte nur eine Woche, nur die ganze Zeit Leder gehabt. Wo bist du denn? Ja, wo bist du? Im Märchenwald. Wir sind, wo alle anderen sind. Wir sind alle hier. Hier, Hanno, komm her. Im Märchenwald ist genauso hilfreich, wie in der Stadt. Ey, wir müssen ihr, ey, ich habe gerade gesehen, diese Mine, ne? Das wäre erst Mission 3, wir mussten irgendwie den Major noch finden. Hä? Wir mussten irgendeinen Major noch finden. Ey, wir müssen nochmal zurück. Haben wir ihn halt nicht gefunden. Ja, komm, wir müssen Mission 2 wohl vor Mission 3 machen, oder? Hier ist ein Boss. Ne, hier ist ein Boss fett. Machen wir. Ah, so ein Ding hat mich vorher verfolgt, so ein kleines Schiss wie Zombie. Um Cristo. ёлEPR hab ich rausgeamascht. Oh. S Batte. Sä Zenchachtung. Ja da Menschen da. Wie Pad ver prä fazer? Sä Zenchachtung. Sä Zenchachtung.